Was hast du als Angstpatient zu einem Arzt zu kommen, der mir total die Angst genommen hat, obwohl tiefgreifende Operationen vonnöten waren? Es war phänomenal. Ich fühlte mich richtig aufgehoben und wurde auch entsprechend behandelt. Ich war also total zufrieden. Jetzt bin ich seit nahezu drei Jahren mit meiner Behandlung hier bei Denta Prime fertig und freue mich immer wieder, jedes Jahr, wenn ich nach Bulgarien komme, Denta Prime aufsuchen zu dürfen, wohl zu einer Kontrolluntersuchung, aber auch, um alte Freunde zu treffen. Wenn sich jemand vorstellt, der keine Zähne mehr oder wenig Zähne im Mund hat und sich dadurch nicht mehr traut zu lachen oder zu lächeln, dann nach einer Behandlung plötzlich wieder Freude hat, richtig zu lachen, weil die Zähne eben, weil das Ästhetische ganz einfach wieder stimmt, da hat Denta Prime in der Richtung mein Leben verändert. Vielen Dank.